MeinBVB.de Hallo und herzlich willkommen bei MeinBVB.de. Mittwoch, 4. August, 20 Uhr, Borussia Dortmund gegen ManCity. ManCity, die wahrscheinlich am verrücktesten zusammengestellte Mannschaft der Zeitgeschichte. Da hat irgendeiner das ganz große Füller aufgemacht. Wir wissen heute noch nicht, wen die bis Mittwoch noch alles verpflichtet haben. Das wird unglaublich spannend. Ich freue mich riesig drauf. Es werden Weltstars auflaufen. Damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht uns, sondern die beim Gegner. Es wird ein großartiges Spiel. Es ist unser Highlight in der Vorbereitung. Es ist die Vorbereitung auf die Europa League. Da steckt alles drin. Wer da nicht hinkommt, der verpasst ganz bestimmt was. Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.